Sie sollen zu Herrn Tobler kommen. Ach so. Herr Mänli, mein bester Mann. Das will ich hoffen. Nehmen Sie Platz. Wie ein Gen 20.000, wenn ich Sie nicht finde. Wenn Sie sie nicht finden. Wenn Sie sie nicht finden, Mänli. Ich? Es ist doch ein interessanter Fall. Oder nicht? Zu Ihnen habe ich irgendwie Vertrauen. Das merke ich. Endlich. Was? Endlich interessiert Sie der Fall. Mänli. Mänli. Wer sind Sie? Menli. Max Menli. Und wie das Leben eben so spielt, Privatdetektiv. Was machen Sie da eigentlich? Menli. Max Menli. Was Sie da machen, habe ich gefragt. Ich mache gar nichts. Ich gehe ein wenig spazieren. Das sehen Sie doch. Eigentlich sehen Sie ja nicht aus wie ein Detektiv. Dem Breden nach könnten Sie aber einer sein. Krauten, mein Name. Menli. Max Menli. Ach, Reit. Das habe ich alles geklaut. Persönlich. Das geht so leicht. Ganz leicht. Es stimmt, der Fall ist gelöst. Aber die Kosten der Detektiv Tobler werden selbstverständlich Sie tragen müssen. Menli, manchmal haben Sie direkt etwas Genialisches. Nein, ich mag nicht. Ich muss nicht mögen. Ich kann mögen, wenn ich mag. Ich mag aber nicht mögen.